Wenn der Kaufer schlecht ist, wenn der Kaufer besser lässt sich mit dem Chefland weg. Wie ist der Kaufer? Die Zwerden, die Gegner nicht geschenkt und gründen den Boden, weil der Gebäude beklebe ich ja recht, der wohnt im Röhrland, der Zeitgeschäft ist im Röhrland. Also warum kommen wir weit weg, wenn der direkt raus ist und nicht grün wird, aber wenn der Geschäftsland besser bezahlt? Der von dem Saar-Hauptwerken. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, aber der ist ja der Gott auch noch, oder? Ja, aber der Gott hat auch gleich mit nichts zu melden am Wetzwerk. Also, bis morgen. Tschüss. Tschüss. Der auch, gell? Grüßt euch. Hallo. 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 Das sind die Trompernen noch, oder die Trompernen hier wohl. Und das ist für Mario. Hast du schon mal die Mario schaust? Ja, ich muss es drauf. Das ist doch kein drauf. Nein, das ist ja auch damals. Das ist ja immer, das ist ja nicht Prozent. Das ist ja nicht das Verhältnis. Unbeis. Das ist ja nicht das Verhältnis. Das ist ja nicht da. Ja, das ist ja noch nicht das Verhältnis. Hier ist alles gut. Ja, ich habe ihn schon gesehen. Ja, es ist eine kleine Sache. Ich habe ihn jetzt noch nicht gesehen. Um zu sehen, ob es nicht auf sie ist. Jetzt, ich schreibe, ich schreibe, wie es ist. Es ist immer wieder interessant, es ist eine rutsche Arbeit. Ja, es ist eine rutsche Arbeit. Es sind 60-70-er Jahre. Ja, dann kannst du das mal machen. Hier sind diese Sachen, die Leute anstrengen. Ein, zwei Weihnachten, ein und ein Rost. Meine Güte, das ist ein Schamann. Das kostet doch nichts. Was wollen Sie dafür? Siebel. Siebel. Ja, ja, ja. Den Leben ist schuldet. Man muss dem Leben etwas füllen, und dann was draus machen. Na? Aber hallo! Hoho! Wie funktionieren die? Aufziehen. Die Menschen sind zu sparen. Die Daten haben etwas gemacht. Lerner, war das hier auch schon? Immer? Das kenne ich ja sonst nicht so. Sechziger Jahre. Sechziger Jahre. Ja. Mit so einer Malschappelei. Das kostet einen Euro. Nicht das Glas habe ich gemeint. Ach so. Van Gogh kostet mehr. Van Gogh kostet mehr. Das ist nur das eine. Ja. 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 Warte mal ab. Ja. Ja. Oh ja. Die Bilder. Komplett. Fünf Euro. Alles. Die Bilder. Aktionskataloge. Interessant auch virus. Guck mal, langsam. Guck mal, das hat mich ausgenockt. Warte mal. Ja, wir sind da, wo der Essensstand ist, direkt nebendran. Das ist alles Villaroy und Goch. Das auch? Das nicht, das wird nicht sein. Was kostet die zwei? Neun Euro zusammen, fünf und vier. Oder acht nachher in den beiden Minuten. Neun Euro. 9 Euro. Ist das Salatschleuder, ja? Neun Euro. 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 was soll es kosten und die kleine 2,50 m Pro stück Das 2,50 m Die sind 7 m Das auch 7 m Das alles Ja, ja ja Das ist Bitte Jetzt klouny 2,50 m Das sind 7 m Das ist nicht so, ich weiß nicht Das ist nicht so, ich weiß nicht Das ist nicht so, ich weiß nicht Das ist 15 m Gilde Das ist eine gute Firma Das sind 2,9 m Das ist eine klasse Das sind sehr 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 Oh, Ey Süres Das ist ein Eisbärchen. Die Augen funktionieren. Tschüss. Tschüss. Ja, ja, ja. Ja, ja, genau. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 was kostet die was drei euro welche marke ist das wissen sie nicht wie alt ist das alt bestimmt das war von der oma das hast du für kamera eine lupe ich suche eine marke aber er stammt auf der familie ja um was ja ja Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was kostet die Karaffe mit Gläser ein Set? 15 Euro. Das ist aus Tschechien, meine ich. Das ist gut. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Aber ihr freut euch ja auch, dass wir nachdenken. Ja, jeden Fall. Aber es ist perfekt. Ja. 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 Ja, das ist toll. Ja. Die kugel. Oh, ja, ja, ja. Ja, das ist ein komplettes Sint, ne? Also Therine, Soussiere und die zwei, ja? Genau, die zwei. Was soll es kosten? Zehn. Ein Mehlzieb haben Sie nicht, ne? Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein, nein. Das ist ein Einzeldeckel, ne? Ja. Der war vorne drin, ne? Haben Sie noch einen größeren? Nein, das ist der Einzige. Das ist der Einzige, den ich noch habe. Ich habe ein Milchkännchen und da suche ich immer einen Deckel. Der war vorne in der Kiste drin, ne? Das ist der Kiste drin. Das ist der Kiste drin. Das habe ich auch von. Das ist der Kiste drin. Ne, ich überlege, was es ist. Warmhalte? Da kann man Kerzen drauf tun. Ach so. Und zwar, wenn man es rum. Ob man heißes Wasser rein tut. Nein, hier, schauen Sie. Da ist zwar jetzt eine Brei. Ach so rum. So rum. Und zwar. Das war auch so rum. Und zwar so rum. Das war so rum. Wir even sind so rum. Wir kommen etwas zu machen. Dann können wir die neue Kisteです. Es wird wirklich da sein. Da wir kommen. Vielen Dank. Vielen Dank.